Ja, willkommen zurück. So, wir werden mal uns ein bisschen weiter umgucken. Jetzt mal hier lang. Oh, mal keinen Fahrstuhl. Mal eine Treppe. Haltet euch. Ich weiß, an meiner Stelle hättest du längst ein Heilmittel. Was? Was wollen sie? Wurden sie von den Aliens angegriffen? Sie wurden mit einem Toxin vergiftet. Es hat einen Unfall gegeben. Ich... ich habe eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben. Ich sollte das nicht mit jemandem diskutieren, der nicht zur Firma gehört. Aber sie sollten mit mir reden, denn ich kann ihnen vielleicht helfen. Ich hoffe, der Firma ist unser Leben wichtiger als ein paar Geheimnisse. Kennen Sie Mira, die virtuelle Intelligenz für Gipfel 15? Sie verwaltet die Sicherheitsprotokolle für unsere Experimente hier. Wir haben sie auf unserem Weg durch die Central Station reaktiviert. Sie waren das? Vielen Dank. Die automatische Ausrüstung funktioniert nämlich nur, wenn sie online ist. Mitten in einem Experiment verloren wir die Verbindung zu Mira und die Quarantäne versagte. Diese drei hier wurden einem Toxin ausgesetzt. Etwas, an dem wir gearbeitet haben. Wenn sie es erschaffen haben, müssen sie auch eine Ahnung haben, wie es geheilt werden kann. Unsere oberste Priorität war, dass es funktionierte. Wir waren kurz davor, ein Gegenmittel zu finden, als Mira offline ging. Unsere Aufzeichnungen und Ausrüstung sind im Quarantäne-Labor eingeschlossen. Captain Ventralis will keine weitere Kontamination riskieren. Ist es gerechtfertigt, dass keiner rein darf? Nein, das Toxin hat nur eine kurze Lebensfähigkeit. Danach zerfällt es in simple Eiweißketten. Aber er will ja nicht auf mich hören. Ich werde mal mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihn überzeugen, es mich versuchen zu lassen. Ich kann Sie nicht offiziell darum bitten, aber wenn Sie etwas tun können, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Was ist nötig, um das Heilmittel für diese Leute zu holen? Die Quarantäne-Labore sind in der Nähe der Quartiere des Wissenschaftsteams. Sobald sie drin sind, sehen sie sich nach Aufzeichnungen um. Es geht nur darum, unsere Prozesse nachzuverfolgen. Wie schlägt sich das Wissenschaftsteam? Besser als Ventralis wachen. Sie sind seit dem ersten Angriff kampfbereit. Ich habe Ihnen auf Ihren Wunsch Stims verabreicht. Trotzdem muss jede Spezies mal schlafen. Sie werden nervös. Irrational. Sind Sie der Doktor hier? Ich bin ein Doktor, nicht der Doktor. Mein Spezialgebiet ist die Mikrobiologie. Nicht erste Hilfe. Wir hatten einen Arzt, Dr. Saleh. Er ist to... Wir haben ihn verloren. Die Apparate können einfache Behandlungen durchführen. Mira bedient sie. Wir reden später weiter. Ich hoffe, Sie können etwas tun. Wie geheilt werden? Nein. Okay. Captain? Aber... Wer hat denn? Da lang, glaube ich. Da ist er ja... Brauchen Sie etwas? Ich habe von dem Ärger im Quarantäne-Labor gehört und würde gern das Heilmittel gegen das Toxin holen. Himmel, ich wünschte, wir könnten den Leuten helfen. Wirklich. Aber wir können jetzt keine Ansteckung riskieren. Cone sagt, es bestehe keine Ansteckungsgefahr. Okay, okay. Wenn Sie Ihr Leben aufs Spiel setzen wollen, Sie sind ja nicht meinem Befehl unterstellt. Ich werde der Wache Bescheid geben, sie reinzulassen. Allerdings soll er die Tür hinter Ihnen wieder schließen. Er wird einen kompletten Scan durchführen, bevor er sie wieder rauslässt. Sollte er irgendwelche Anomalien finden, bleiben Sie da drinnen. Hört sich nach vernünftigen Vorsichtsmaßnahmen an. Ich werde die Wache anfunken und ihr Bescheid sagen. Viel Glück. Okay, und jetzt rennen wir... Ich habe noch zu tun. Das habe ich auch. Jetzt rennen wir sozusagen wieder zurück. Ich. Ja. Talan. Moment. Reingekommen? Sollen wir da reingekommen? Nee. Wieder gekommen. Hier? Achso, ja. Das ist ja verwirrend. So, wenn ich das richtig gesehen habe, bin ich hier lang. Und wir fahren mal wieder Fahrstuhl. Sie sind wegen denen hier, nicht wahr? Meinen Sie die Viecher da draußen? Ja. Ich bin der einzige Überlebende aus dem Sicherheitslabor. Ich möchte mehr über diese Dinger wissen. Über die Rachni? Rachni? Das ist doch lächerlich. Die Kroganer haben sie vor tausend Jahren ausgerottet. Sie fanden es in einem verlassenen Schiff. Das Ei wartete dort seit den letzten Angriffen. Sie brachten es hierher. Ich will alles über die Rachni wissen. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Wir haben die Rachni wiederbelebt. Im Nachhinein nicht die klügste Entscheidung. Nö, da hat er wohl recht. Ich habe gehört, dass Sie im Sicherheitslabor waren. Wie konnten Sie lebendig da rauskommen? Ich habe Sie umgebracht. Wen? Ich habe die Tür geschlossen. Ich habe Sie umgebracht. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Ich sorge dafür, dass Ihr Überleben einen Sinn ergibt. Glauben Sie, ich will Absolution? Es gibt keine. Könnte Materialchen Benesia im Sicherheitslabor überlebt haben? Es ist möglich. Die Proben reagierten empfindlich auf Biotik. Ich gehe dann jetzt. Ja. Hier zu melden gehabt. Immer gute Miene zum bösen Spiel machen. Wenn Sie nicht lachen, müssen Sie... Ja. Man muss einfach. Alles mit dem. Da sind wir hergekommen, ja. Jetzt sind wir alle. Na. Warum bin ich durch? Ah, meine Erste-Hilfe-Station. Sie gehören nicht zur Crew. Ich heiße Shepard. Hören Sie mal, dieser Plage ist es egal, wer Sie sind. Hören Sie mal, dieser Plage ist es egal, wer Sie sind. Dieses Labor steht unter Quarantäne. Was wollen Sie hier? Ich habe ventrales Erlaubnis, da reinzugehen. Richtig, das hat er durchgegeben. Er sagte auch, dass Sie, um wieder rauszukommen, beweisen müssen, dass Sie nicht kontaminiert sind. Wenn Sie eine Todessehnsucht verspüren, können Sie auch an der Barrikade Wache schieben. So, schauen wir das doch mal an. Hier. So. Dann hier. Dann haben wir die Kits. Beschlossene Kiste. Alles nehmen. Spind. So, dann. Gegenmittel herstellen. Ja, kein Stufenaufstieg. Noch gerade Waffen eingesammelt. Ja, hier. Präzise. Die Banshee. Na ja, hier ist schon gut, aber die Präzision, das gefällt mir nicht. Hier was Schönes. Das Zeug hier. Nein. Besser. Das Zeug. Da ist auch nichts Neues. Ja. Aber ansonsten. Nehmen wir noch den. Und die haben wir noch. Äh, für die haben wir nichts. Das hat sie schon. Was Neues. Und auch hier, guck mal da. Kannst du eine neue Pistole haben. Schrotflinte hat sie schon ein guter Sturmgewehr. Schrotflinte hat sie schon ein guter Sturmgewehr. Kleine. Aber nix. Aber nix. Aber nix. Aber nix. Na gut, das ist schon drin. Okay. Na gut, da haben sie gleich nochmal rausgerüstet. Und dann soll ich ja was herstellen. Woher geht das? Schnell. Bleibenbleiben. Oh, ja. So aus. Mödes Minispiele. Ihre Mission endet hier, Shepard. Hinterhalt. Sie sind Benesias Schläfer. Mir wurde befohlen, sie zu eliminieren, sollte sich die Gelegenheit dazu bieten. Und da sind sie. Gefangen in diesem Labor. Feuer frei. Holy shit. Hört mal auf, hier mit den Dingern rumzuschreiten. Nihara, du stehst im Weg. Ich kann nicht schießen. Oh, du machst das schon. Sehr gut. Eine Güte. Immer stehen sie im Weg rum. Kann ich dir geben, dass sie sich ein bisschen weiter auseinanderziehen sollen? Nee, ne? Schade. So, okay. Commander. Sieht aus, als hätte diese Azari-Doktorin die Wache getötet. Ja. Tipp ich mal drauf, wenn sie einfach so reinkommt. Sie kamen da raus. Sie meinen die Ge... Ähm... Die anorganischen Wesen, die die Azari bei sich hatte. Benesia brachte sie mit. Wie komme ich in den Servicebereich? Ein Teamleiter müsste Zugang haben. Wie Dr. Kuhn. Sie finden ihn auf der Krankenstation. Ja, dann gehen wir doch mal dahin. Ja. Was ist das hier jetzt, ne? Na dann. Ja. Zurück zum Doktor. Ja, war ich hier, wenn ich mit ihr. Ist das das Heilmittel? Sie haben es geschafft? Diese Azari-Wissenschaftlerin, die im Speisesaal war, hat versucht, uns zu töten. Alestia? Kaum zu glauben. Ich... Ich weiß kaum etwas über sie. Sie kam erst vor einem Monat hier an. Einer der Aktionäre hat ein paar Fäden gezogen, um sie hierher zu bekommen. Lassen Sie mich raten. Saren der Specter? Ja, ich glaube, das war sein Name. Ich beachte die anderen Forschungsteams kaum. Sehen Sie sich die Wachen an. Sie sind noch gereizter, seit Sie hier sind. Ich glaube, die haben Sie erwartet. Im hinteren Teil sind noch mehr Labore. Die Wachen lassen nicht mal mich da rein. Nur Leute mit einer Sicherheitsbescheinigung. Was ist mit dem Servicebereich? Haben Sie da Zugang? Zum Servicebereich? Klar, nehmen Sie meinen Pass. Aber da hinten ist nur Schnee. Lassen Sie mich die Ampulle mal sehen. Eine Erweiterung von Phelps' Arbeit? Ich dachte mir doch, dass er auf der richtigen Fährte war. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Himmel, was für ein Klischee. Sie haben Ihnen das Leben gerettet. Wussten Sie das? Könnten Sie vielleicht ein paar Medikids erübrigen? Hier oben sind die mit Gold nicht aufzuwägen. Die haben Sie aber nicht von mir. Ventrales wollte die für seine Leute haben. Ich muss das jetzt verabreichen. Danke nochmals. Oh, ein Stufenaufstieg. Ah, wieder langweilig sein damit. So, Servicebereich. Das war jetzt eben wieder nichts. Erstmal noch. Tja. Schön zum Bezug. Sicherheit. Tja, wenn ich jetzt weiß, wo das da ist. Gehen wir doch mal in diese Richtung. Und da wollen wir zu vielleicht. Schauen wir mal. Da vorne war doch auch noch eine Tür. Vielleicht war das die. Nee, die hier, oder? Ach, woher ruht. Zu den Sicherheitslern vor. Ja, perfekt. Ja, woher hin? Oh, wieder Fahrstuhl. Was tut er hier? Sind Sie hier, um die Situation zu sichern? Wie schlagen Sie sich? Wie schlagen Sie sich? Sie müssen mir zuhören. Wenn wir unseren Fehler nicht rückgängig machen, werden wir von den Kampfstationen aus bombardiert werden. Verstanden? Moment. Ist hier eine Azari-Matriarchin? Azari? Ich habe keine gesehen. Dann ist sie in Sicherheit. Dann ist sie in Sicherheit. Auf der Riftstation. Ach, das ist unwichtig. Sie müssen mir zuhören. Bin-Cheks hat ein Ei gefunden. Es war auf einem verlassenen Schiff, das tausende von Jahren durch den Raum getrieben war. Es war ein Rachni-Schiff. Auf ihnen befanden sich zahlreiche Eier in einer Art Geldeschlaf. Sie hätten es vernichten sollen, statt es auszubrüten. Bin-Cheks wollte Rachni klonen. Wollten sie Massen produzieren. Eine Armee erschaffen. Aber als sie hier ankamen, bemerkten sie, dass es kein gewöhnliches Rachni-Ei war. Es war eine Königin. Nachdem sie Eier gelegt hatte, brachten sie sie zur Riftstation. Sie glaubten, sie könnten die Babys ohne sie aufziehen, damit sie gefügiger wären. Augenblick. Braucht man nicht auch ein Männchen, um Eier zu produzieren? Königinnen werden mit dem genetischen Code ihrer Väter geboren. Die Eier werden aus der Kolonie gebracht, um allein zu schlüpfen. Königinnen können Dutzende Eier in ein paar Stunden legen und in ein paar Tagen eine Kolonie gründen. Auf diese Weise haben sie sich so schnell ausgebreitet. Sie von ihrer Mutter zu trennen hat nicht funktioniert. Ach, das war genau das Falsche. Ich glaube, dass Rachni sich ohne eine Königin nicht richtig entwickeln können. Ihr Verstand formt den der Kinder. Diese Rachni sind unkontrollierbar. Wollen Sie mir sagen, ich soll diese Viecher nicht töten? Ich wollte Ihnen gerade das Gegenteil empfehlen. Diese Rachni können nicht mehr gerettet werden. Es ist zwar traurig, aber Ihnen muss Sterbehilfe gewährt werden. Ich glaube, die Neutronenreinigung sollte aktiviert werden. Mir ist dieses Reinigungssystem nicht geläufig. Es erzeugt Explosionen aus Neutronenstrahlung, tötet alles innerhalb der Station. Außerhalb der Station können Genschäden verschiedener Ausmaße entstehen. Wie aktivieren wir die Reinigung? Die Sicherheitssteuerung ist in der Nähe. Sie müssen nur den Schlüssel einstecken. Dann gebe ich Mira den Befehl. Wir sind aber auch flink unterwegs. So, gut. Hier lang, würde ich sagen, oder? Kein auch was? Ach, den Grot beschaffen. Okay, jetzt haben wir den Grot. Sie durch, ja. Mira. Verbindung wird hergestellt. Ich habe vollen Zugang zur Einrichtung und stehe Ihnen zur Verfügung. Gibt es hier eine Azari? Eine Azari, die ich nicht identifizieren kann, steht neben Ihnen. Wie man virtuelle Intelligenzen tolerieren kann, die alles wörtlich nehmen, ist mir ein Rätsel. Laut meiner verbliebenen internen Sensoren sind keine weiteren sichtbar. Wie viele Rachni sind hier? Tut mir leid. Das Sensorennetzwerk ist zu beschädigt, um eine präzise Zählung durchführen zu können. Dann schätze. Lass mich deine präziseste Schätzung hören. Schätzen liegt außerhalb meiner vorgegebenen Parameter, Commander. Wie ist der Status der Einrichtung? Kontaminationsleck im Labortrakt Gamma. Das Neutronenreinigungssystem ist betriebsbereit, wurde aber noch nicht scharf geschaltet. Na dann. Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht, ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Der Code lautet 875-020-079. Code Omega. Lokale Ausführung. Bestätigt. Code Omega wird in 120 Sekunden ausgeführt. Okay. Was machen die? Ach du Scheiße. Ähm. Speichern mal kurz. Schnellspeichern fehlgeschlagen. Ah. Wir können nicht speichern. Wir können nicht so gut die Neutronenreinigungssystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystem So, warte mal. Stase. Ehre. Schildboost. Und du mach hier Barriere. So. Ich würde sagen, dann sollten wir mal zu sehen, dass wir nicht mehr kommen. Schnell weg, auf. Schnell weg. Alle waren da? Oh, Gott sei Dank. Und es hat Bühnen gemacht. Ja, da sind ganz schön viele Barriere gewesen. Gehen wir jetzt wieder hin? So, mit dem komischen Pfeil. Zug. So, kommen wir vielleicht jetzt da lang. Das ist immer noch zu. Das ist immer noch zu. Dann sollten wir mal zurück. Also, was mich mal interessiert, würde jetzt an dieser Stelle... ...kommt nicht mehr. Schade, ich dachte, wir können mal runterfahren. Mal gucken, wie das da aussieht. Okay, dann fahren wir wieder hier mit dem Fahrstuhl. So, wieder mit dem Fahrstuhl. Ich träume heute Nacht schlicht von Fahrstühlen. Ähm, sind sie denn hin? Eingang? Nein, die tut zu. Sind sie denn? Warum bewachen sie das hier nicht mehr? Ja. Tut mir leid, Shepard. Wir haben Anweisungen von Benesia. Feuer! Ist hier denn jeder auf dieser Seite? Ja? Ich muss die Tür aufmachen gehen. Ah, aber jetzt... Tja, okay. Pass mal auf, Garus. Du gehst mal wieder nach da. Mach nichts mal bitte die Tür auf. Ah. Das ist sehr nett. Ach so. Ach so. Das ist so nett. Ja, wo sind sie denn? Komm, komm. So, wo sind die Reine? So, jetzt noch weg, da hinten. Ah, durch die Scheibe werden wir wohl nicht schießen können. So, ja. Except dieser Tür. Warum arbeiten die da mit dir zusammen? Hä? Der mag wohl nicht rauskommen. Einmal mit zu. Tja. Schaltet sie aus! Ja, kommt jetzt raus. Der traut sich wirklich, der schüchtern. Und noch ein Stückchen. Hier noch drei. Und das waren jetzt alle. So, wo geht's denn hier hin? Beim Fahrstuhl. Wie sollte es anders sein? Gucken wir mal, was sagt denn die Karte, wo der hingeht? Zum Sicherheitslabor. Na gut. Das gucken wir uns aber in der nächsten Folge an. Also, bis dann. Ciao, ciao.